Ja, willkommen. Kurz vor dem ersten Bundesligaspiel gegen den HSV. Wir zeigen alles. Ja, das sind die ersten, die gegen uns verlieren wollen. Du bist aber sehr optimistisch. Realistisch. Muss ja mal realistisch bleiben. Bei dem Kader? Ja, bei dem Kader kann nichts schief gehen. Sehr jährlich. Mandy verliehen an den FC Augsburg. Alles soweit wird sich jetzt gleich zeigen. Dann wollen wir mal spielen. Also. Ah, nee. Sehr schön. Ich würde sagen, los geht's. Erstes Spiel. Na, dann können wir uns auch unsere coolen Trikots nehmen. Ach so, die. Die? Ja. Senf-Ketchup-Trikots. Wir sind drin. Nehmen wir doch. Hamburg könnten wir... ...natürlich nehmen. Ja, ne, ne. Alles klar. Los geht's. Los geht's. Auf die Zerstörung Hamburgs. Möge der bessere Gewinn. Das ist ein Bier natürlich. Bundesliga, erster Spieltag. Hamburg SV gegen die Mannschaft mit dem schönsten Trikot und dem besten Ball. Blutgrätsche, H2. Sieht auch gleich aus. Alles fröhlich. Man sieht es. Ja, klar. Ja, ist er noch. Gut modelliert. Und los geht's jetzt hier. Ich bin heiß. Heiß wie Frittenfeld. Ah, da sind die Trikots nicht herrlich. Sind da nicht wunderschöne Gottlike. Den kann man doch gar nicht verlieren. Den nicht. Ja, grüne Zahlen am Rücken. Da passt alles aufeinander. Oh, herrlich. Guck, guck, wie läuft. Guck, wie läuft. Wie geschnitten. Sehr schön, wie er sich bei läuft. Pass in den Stoffen gut abgefangen. Hamburg ist nicht oben. Nicht? Ja, kann nix. Kann nix. Ich hab wohl. Super vor Land. Ja, gut, ist ja erstes 1 zu 0. Da ist doch alles offen. Weltklasse, wie wir dahinten verteidigen. Weltklasse. Da geht doch alles. Ja. Wenn nicht, gar nix. Gibt's doch nicht, Mann. So gut sieht's überhaupt nicht. Ich schreibe ich sonst mit der linken Klebe. Mit der was? Mit der linken Klebe. Schön. Einmal reinflanken, da kann ich mal reingehen. Oh, ey. Ich hab keine Ahnung. Sicher. Ja. Weiß nicht. Das ging so schnell. Das hab ich gar nicht gesehen. Ja. Oh. Und jetzt starten sie ein Konter. Was ist denn jetzt? Mann, da war doch gar nix. Steckt den Finger im Buh. Schon wieder ein. Die Applaus ist nur so weit. Wenn sie denn mal funktioniert. Oh, 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 oh. Mann, da gibt's doch nicht. Was ist das für ein Pass, bitte? Und manchmal verstehe ich auch den... Ne, hier sind wir los. Boah. Nein, das sind keine Egoisten sind. Und der kommt genau an. Weil die können nix. Kann gar nix. Wut ne, der kann gar nix. Ja, jetzt gilt es für diesen Trainer. Jetzt hat er sein erstes Pflichtspiel mit seinem Neupalt. Und natürlich wird er ein bisschen mit nervösität zu kämpfen. Andererseits sicherlich, dass es sich ein Rund. Okay. Kann ich sein, dass die den unmehlenden... ja ja muss auch erklären bisschen ruhe ins spiel bringen er ist ja gar keiner sie haben wir so schnell weltklasse spieler überwinden sich so schnell man kriegt gar nichts mit da kommt man mal zu einer chance und zack geht dann daneben und man weiß gar nicht mehr daneben geschlossen hat so schnell geht es ja schon mal die eine andere wir müssen noch ein bisschen besser vom tor werden war auch keine chance glückstor abseits werden wir dafür kriegen müssen kreuter führt führt 1 0 gegen bayern das ist ja die wissen schon dass sie keine chance gegen uns haben müssen wir tun wir sollen erst mal uns zusammen unser spiel das ist viel so gut die auf der karte und das sieht nach einer guten torschau ich klasse ab wir sind doch nicht zum tor wie hat er das gemacht wollte ich jetzt keinen bock zu sehen warte mal was auch mal die management gucken gucken man darf ja dreimal wechseln du mein dinges rein der ist der kommt wenn man erwartet darf sich nicht auf den verlassen ist ein team spieler eigentlich er ist das team er ist ein team wir haben direkt wieder einer schade ein sehr schöner Pass. Sie treten hier wirklich als gutes Team. Hier ist klar. Ah, Supercell, ey. Oh, haha. Guck mal, wie er da durchgeht, ey. Das gibt's doch gar nicht. Tak, 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 oder was? So, jetzt kommt dann Norris. Da ist er. Da kann er. Der kann alles. Der kann Ball aufpumpen, einfernen, abpumpen. Jetzt, ich lauf. Oh! Ist er Chuck? Dann ist Chuck! Du schießt sie nicht. Aber ich? Oh. Scheiße. Ich werfe nicht. Ich dachte, dass du gewinnst. Ich schießt der nicht. Der läuft da frei rum, ey. So geil, der war so schnell. Ich hab da nicht gemerkt. So geil gespielt. Ach, Scheiße. Ich sehe, warum schießt der nicht? Hätte ich besser mal gesagt, schießt. Ach, war doch der. War doch der Quatsch. Da war aber ein Action. Oh, super. Oh, super. Oh, super. Wenn der Ausgleich gewesen. Der lässt das Spiel weiterlaufen. Absolut richtige Entscheidung. Natürlich. Der Ausgleich wird nicht und der Anschlusskappe. Ohhh... die Strecke Prozent Prozent Euro 4 5 Meter mindestens man hat ja schon mal und dann schießen die nicht wenn wir laufen ja Frau auf Tour zu holen stücken kann ich bin es wieder sicher war ich dachte du wirst du gewissen sind da ist mit zeitspielen Prozent bis alle ist was hat er jetzt schon wieder er war nichts nichts und wieder nichts soll Ooooooh! Das ist die Möglichkeit, wann kommt! Das sieht gefährlich aus! Das ist nicht wahr! Der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits! Haarscharpe, ey! Ein bisschen zu schnell losgelaufen, mein. Nicht schon besser. Geil! Und dann versucht er den Ball zu bekommen. Schönen, das ist mal krass. Ach, da sollte eigentlich ja nicht hin. Ja, so kann es weitergehen. Oh, schade! 1-2-1. 1-2-1. Er ist ein Spieltag, ein bisschen verkackt. Aber er ist auch... Er muss ja nicht sofort durchlaufen. Da läuft noch viel Wasser rein runter, bevor er die Meisterschaft befindet. Wir können ja nicht direkt alle kaputt machen. Ich muss auch... Ich muss ja auch noch ein bisschen Luft nach oben verspüren, weil sonst sind alle direkt auf. Und auch noch ein bisschen Spaß haben. Ja. Absolut. Sehr gut bewertet. Jodjod. 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 Jodjod.